Hallo und herzlich willkommen zu Titanfall diesmal mit Kampagnen weil ich doch die da man den anderen Teil nimmt die IMC das hat sich auf einer Angriff der Milizierte vor die kaum noch Treppstoff hat mhm das muss die Kampagne so ein bisschen ja wie man die Kampagne schafft wenn man ein Gegner zieht ist ist ein bisschen komisch so als ich noch die Pause über ach ok achso ja wenn das sowas ist dann nur ich glaube das das ist das ist das ist in meinen Kampagnen gewinnen ich ja ja da hat da wenn ich kurz auswählen Achtung an alle Einheiten, wir können die Körfer einfach in Oswald, die Red ein im Schweren schafft. Wenn wir uns mal sehen, wie geht es? Keine Verbindung mehr. Schalten Sie die Gegner, Sie gehen mit aus, die Körpersignal. Ich finde es schön, dass die Bank zumindest, sagen wir mal, nicht schiebt, äh. War mir, nee. War mir nicht auf, ähm, Spektisch und Stimulitzel, da. Ja, das ist richtig. Hardpoint Bravo ist in dem Gebäude vor Ihnen. Wind drin, deaktiviere die Treibstoffpumpen des Hardpoints. Bleiben Sie beim Terminus. Abschaltung der Treibstoffpumpen bei 75%. Die hole ich mir. Achso. Geschützsystemaktivierung bei 50%. Oh, die haben schon Zeit. Nein! Oh, ich dachte, ich hätte es noch. Los, die näher sich, Bravo. Feindkontakt möglich. Los, die näher sich, Bravo. Feindkontakt möglich. What the fuck? Was ist das heuchtefiel Schaisziel? Hardpoint Bravo unter Bischoff. Beteinigen Sie sich, wenn möglich. Wir sichern Charlie. Da, bravo verloren. Erster Stock, gesichert. Alle geschützten sind offline und die Treibstoffpumpen sind gesichert. Kaff alle Hardpoints, holen Sie sich zurück. Los, die Treibstoffpumpen sind in 30 Sekunden einheitlich bereit. Los, die Treibstoffpumpen sind in 30 Sekunden einheitlich bereit. Alle Einheiten, die 50 bei Charlie sind online. Die Radar ist unter schweren Beschuldung. Er hat die 50 gestoppt. Jetzt ist es gemetzelt. Die Treibstoffpumpen sind abholungsbereit. Pass auf Ihr Signal. Befehl autorisiert. Und am Radarson istabel. Eine Reise. Ansteben Kleing過來. Die Treibstoffpumpen sind online. Anstift auf die RedLabe. otros hochfreies Elasto. Steben. Ein acha. Diecar viene完成. Hatte wieder willing. Du hast dielatte Hilfe sinnvollです. warum muss ja 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 Die Bomben, die sich nicht kennt, die Radar ist, dafür muss ich die Potenz und sinkt weiter. Achtung an alle Einheiten, die Schiffrafen Alpha sind online, die Radar nimmt schweren Schaden. Nein, die Tür zu ihm, die ich zeige. Die Tür zu ihm. Ja! Ja, ich bin ja ungewickelt. Oh, 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 ach, ach, ach. Aufzuziehen. Aufzuziehen. Sollen sie nur kommen. Sie sind online. Die Red Apes unter schweren Beschuss. Die SS-Kreis sind in 30 Sekunden. Er hat Bravo verloren. Die SS-Kreis sind in 30 Sekunden. Das war's. Ich hab nichts. Du Alfa vorrückst. An alle Geschichten bei Bravo sind online. Wir schnappen uns die Red Eye. Aha. Come on Charlie unter Beschuss. Sie müssen dahin. Ich liebe sie, wenn sie sich dann immer aufregen. Ja, bis du nur blablabla. Ja, hat mein Titan auch. Ach so, wie gesagt. Ich hab mal Untertitel eingestellt, weil es irgendjemand interessiert. Story. Dann kommen wir da hin. Das ist doch wahrscheinlich. Ich hab's glaube ich. Es geht nicht. Ich hab's geflogen. Ich hab's geflogen. Ich hab's geflogen. Nein, ich bin hingeblieben. Das war auch eine wichtig Schussmanne. Okay. Okay. Abschaltung der Treibstoffpumpen bei 75%. So ein F***er Ah, ich kann doch bei meinem Type-Bus-Bund gleich Dann gewinnen wir die Schlacht. Die Schlacht sind auf, dann schalten Sie mich auf einmal der Hardpoint. Die Schlacht sind auf, dann schalten Sie mich auf einmal der Hardpoint. Die Schlacht sind auf, dann schalten Sie mich auf, dann schalten Sie mich auf, dann schalten Sie mich auf. Die Schlacht sind auf, dann schalten Sie mich 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 auf, Evakuierungspunkt. Puh. Ehrlich blitzig. Puh. Beginnen Sie mit der Suche und finden Sie diese Flotte. Trace out. Wirkungshilfe jetzt auf Evakuierungspunkt. Evakuierung wird eingeleitet. Ich wollte sie. Oh, hier stehen natürlich keine Titan. Jetzt, wo ich's müssen, denn jetzt. Okay, erste Kampagne-Mission. Äh, plopp. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich's geschafft. Also, ob das dann trotzdem weitergeht? Äh, ja, habt ihr mal bekommt, gut IP. Äh... Ach so, das... Ah, okay. Ja gut, die nächste Kampagne sieht ihr dann morgen. Oder, ja, es kommt doch mal an wie. Und dann würde ich sagen... Achtung, Achtung. Hier spricht Vice Admiral Graves. Wie Sie wissen, ist die Milizflotte nach ihrem Tankangriff im Juma-System weiterhin einsatzfähig. Und wir haben in mehrere Sektoren Sonden geschickt. Spyglass informiert Sie über alles Weitere. Piloten. Ich habe alle möglichen Ziele in Sprungweite des Juma-Systems gescannt. Dabei schließe ich in Sektor Bravo 217 auf Lebensformen. Dieser galt bisher als unbewohnt. Vielleicht verstecken sich die Milizverbände dort. Ich empfehle zur Sondierung der Lage die Entsendung eines Moraus-Kommandos. Unter dem Befehl von Sergeant Blisk. Sehr gut. Machen Sie das. Alle Piloten. Bereit machen für Landung. Am Boden hat Sergeant Blisk das Kommando. Viel Glück, Graves out.